Hallo liebe Funkfreunde oder solche, die es werden wollen. Nach den ersten zwei Videos, Dezibelrechnen ohne Taschenrechner, hier mal einiges im Anwenden. Und dazu habe ich mir einige Fragen aus dem Fragenkatalog der Bundesnetzagentur herausgezogen. Lizenz, Klasse A, Prüfung, Technikteil. Und da lautet eine Frage, bei einer Leistungsverstärkung von 40 entspricht das wie viel dB? Und das sind hier die vier möglichen Antworten. 40 ist also jetzt hier unser Multiplikator oder Faktor, der gegeben ist. Und wie komme ich jetzt auf den richtigen dB-Wert? Das heißt, ich muss mir jetzt mal den Wertebereich anschauen, in welchen die 40 liegt. Das ist eigentlich die Frage, die sich hier stellt. Und die 40 liegt also im Wertebereich zwischen 10 und 100. Und die 10 und die 100 wird auf 10 dB bzw. 20 dB abgebildet. Das heißt, mein Ergebnis muss irgendwo zwischen 10 und 20 dB liegen. Und das bedeutet, hier bleibt nur noch die Antwort B als richtige Antwort übrig. 16 dB entspricht einem Faktor von 40. Würde jetzt hier ein Leistungsverstärkungsfaktor von 250 stehen, müsste ich mir den Wertebereich von 100 bis 1000 angucken. Das heißt, das richtige Ergebnis würde dann zwischen 20 und 30 dB liegen und wäre hier als richtiger Wert 24 dB. Wie man auf 24 dB und die 250 kommt, auch das hatte ich im ersten Video schon mal gezeigt. Die nächste Frage ist, wir haben 1 Watt Sendeleistung von einem Sender. Das kommt da raus aus dem Ding. Und das Ganze geht in eine Endstufe, die eine Verstärkung von 10 dB hat. Hier wird das reingeschoben und wie groß ist jetzt der Ausgangspegel dieser Endstufe. Hier muss ich jetzt aufpassen, ich habe es extra rot markiert. Wir haben hier eine Bezugswertänderung. Denn Watt ist nicht hier dBm, sondern dBm sind Milliwatt. So, und wer jetzt also rechnet und sagt, einmal 10, das ist ja bei 10 dB der Multiplikator oder Faktor, dann komme ich hier bei 10 dBm und kreuze das an. Das ist falsch, denn ich muss meine 10 dB hier mit Watt, also das heißt, es kommt 10 Watt aus dieser Endstufe heraus, erst mal umrechnen in Milliwatt. Das sind vier Nullen und das heißt also 40 dBm. Und das ist hier auch die richtige Lösung. Wie kann ich mir sowas sparen, diese Umrechnung in dieses Milliwatt? Ich kann mir einfach merken, bei einer Bezugswertänderung von Watt auf Milliwatt, beziehungsweise umgekehrt von Milliwatt auf Watt, habe ich hier einfach die Rechnung 1 Watt ist gleich 1000 Milliwatt und das entspricht 30 dB. Eine Eins mit drei Nullen waren 30 dB. Das heißt, mit anderen Worten, habe ich jetzt eine Ausgangsleistung von 10 dB Watt und kann ich die einfach mit plus 30 dB addieren und ich habe automatisch umgerechnet auf dBm, also 40 dBm. Hätte ich jetzt einen Signalausgang von 17 dB Watt, einfach die 30 dazu, komme ich auf 47 dBm. Und das Ganze natürlich auch umgekehrt. Wenn ich jetzt also 50 dBm Milliwatt habe, ziehe ich hier die 30 dB wiederum ab und ich komme hier auf eine Ausgangsleistung von 20 dB Watt. So kann ich also hier einfach meine Bezugswerte schnell umrechnen. Ich muss mir nur merken, entweder plus oder minus 30 dB. In der nächsten Frage ist dann der Ausgangspegel eines Senders als 20 dB Watt angegeben. 20 ist der Faktor 100 und das Ganze dann mit Watt als Bezugswert sind also 100 Watt. Und jetzt haben wir hier nur eine andere Schreibweise als 10er Potenz, das entspricht 10 hoch 2 Watt, das ist hier nichts weiter als eine Eins mit zwei Nullen, nur eine andere Schreibweise. Hatte ich auch im ersten Video bereits erwähnt, dass es sich ja im Prinzip hier bei den geraden dB-Werten nur um 10er Potenzen handelt, wenn wir von Leistung sprechen. So, dann haben wir eine neue Frage. Hier geht es mit relativ viel Prosa darum, dass wir eine Leitung haben und am Eingang dieser Leitung werden 100 Watt eingespeist und hinten kommen 50 Watt raus. Dann wird hier noch von angepasst und Stehwellenverhältnis gesprochen. Das ist eigentlich alles uninteressant, was da drin passiert. Interessant ist nur, dass wir am Eingang 100 Watt haben, hinten kommen 50 Watt raus und gesucht ist, wie viel oder wie viel Dezibel wird jetzt hier quasi auf dieser Leitung verloren. So, und wir hatten ja gesagt, 100 geteilt durch 50 ist 2 und alles, was mit 2 oder die Hälfte betrifft, hat irgendwas mit 3 dB zu tun. Und das ist hier auch die richtige Antwort. Ja, also was, wenn irgendeine Leistung um die Hälfte größer oder kleiner wird, haben wir hier irgendwas mit 3 dB. Das ist dieser Faktor 2. Das heißt, diese Leitung hier, Übertragungsleitung, hat eine Dämpfung von 3 dB. Dann ein Leistungsverstärker hebt die Eingangsleistung von 2,5 auf 38 Watt Ausgangsleistung an. Dem entspricht, hier ist jetzt also der dB-Wert oder die dB-Verstärkung gesucht. Die Frage, die sich hier stellt an dieser Stelle, ist im Prinzip nur, wie komme ich von 2,5 Watt auf 38 Watt. Und das sind hier also die gegebenen Lösungen, die vier Stück. Und da schauen wir uns zuerst mal die 23,6 dB an. Und in der 23,6 dB stecken ja schon mal mindestens 20 Dezibel drin. Das entspricht 100. Und wenn ich jetzt also 2,5 mit dem Faktor 100 multipliziere, komme ich bei 250 Watt raus. Das heißt, ich bin schon weit über die 38. Falsche Antwort, brauchen wir nicht weiter betrachten. Die nächsten zwei Antworten sind 15,2 und 17,7. Auch damit muss ich nicht rechnen. Ich kann mir einfach davon ausgehen, ich nehme hier die goldene Mitte, das sind ungefähr 16 dB. Und mit diesen 16 dB rechne ich einfach mal. Auch hier haben wir wieder, das haben wir auch schon gelernt im ersten Video, 10 dB, 2,5 mal 10 sind 25 Watt. Und dann kommen noch die 6 dB dazu. Das heißt, ich muss die 25 mit dem Faktor 4 multiplizieren. Da bin ich bei 100 Watt. Scheidet also genauso aus, weit, weit über, oberhalb von 38 Watt. Bleibt also nur noch 11,8 dB. Das ist die richtige Lösung. Die kann ich natürlich auch auf einem anderen Rechenweg erreichen, indem ich einfach hierher gehe und sage, 11,8 sind 12 Dezibel. Und ich kann jetzt hier rechnen, 10 dB, 2,5 mal 10 sind wir wieder bei den 25. Und dann hatte ich ja gesagt, alles was auf 2 dB endet, ist mit 60% oder mit 0,6 zu multiplizieren. Siehe dazu das erste Video. Das heißt also, 25 mal 0,6 sind 15 Watt. Und wenn ich die hier dann dazu addiere, 25 plus 15, komme ich bei 40 Watt raus. Und das entspricht hier grob also 38 Watt. Das sind auch diese 11,8 dB. Das ist also die richtige Lösung. Kann ich also ganz einfach erreichen, ohne dass ich dazu einen Taschenrechner benötige. Die nächste Frage haben wir jetzt hier, dass wir einen Leistungsverstärker haben, der 16 dB verstärkt. Und welche Ausgangsleistung ist zu erwarten, wenn ich da vorne ein Watt reingebe? Wie viel Watt kommt da hinten raus? Das rechnet er mal schön selber aus. Das habe ich nämlich schon mal im ersten Video gezeigt. Die nächste Frage dreht sich jetzt um Antennentechnik. Und hier geht es also um eine Yagi-Richtantenne, die ein Strahlungsdiagramm hat. Und ich habe hier also eine Leistung von 0,6 Watt, die in die Richtung A, also in die Rückwärtsrichtung, gestrahlt wird. Und 15 Watt in die Richtung B, also hier in diese Vorwärtsrichtung. Und jetzt ist hier also dieses Vor-Rück-Verhältnis dieser beiden Leistungen gesucht und das natürlich in dB. Und das sind hier die möglichen Antworten. Das heißt also gegeben 0,6 nach hinten, 15 Watt nach vorne. Und wir haben hier die Vorwärtsrichtung und da die Rückwärtsrichtung. Und gesucht ist das Vor-Rück-Verhältnis. Auch hier stellt sich wieder die Frage, wie komme ich von 0,6 Watt auf 15 Watt und das Ganze in Dezibel. Schauen wir uns mal die zwei möglichen Antworten an mit 27 und 25 dB, die da gegeben sind. Brauche ich auch hier nur wieder rechnen. Hier stecken ja die 20 dB drin. 0,6 mal 100 spricht schon mal 60 Watt. Ich will aber auf 15 Watt rauskommen. Das ist also nicht richtig. Dann haben wir noch eine mögliche Lösung von 2,8 dB. Das können wir hier gedanklich mit 3 dB setzen. 0,6 mal 2 als Faktor sind wir bei 1,2 Watt. Auch das haut hinten und vorne nicht hin. Wir wollen ja auf 15. Bleiben also nur noch die 14 dB. Und die kann ich mir jetzt hier ganz leicht ausrechnen. Das ist übrigens auch die richtige Antwort, indem ich, das hatte ich auch im ersten Video schon gezeigt, die 20 dB minus 6 dB macht 14 dB. Und ich kann also jetzt hier rechnen 0,6 mal 100, 20 dB. Da bin ich bei 60 Watt. Und jetzt muss ich natürlich da von 6 dB abziehen, beziehungsweise die 60 Watt hier durch vier teilen. Und da komme ich bei 15 Watt raus. Das ist die richtige Antwort. Dann ist jetzt als nächstes wieder gesucht. In der nächsten Frage, in der TA 149, sind jetzt hier nicht die Leistungen gegeben, sondern ich habe hier die Pegelverhältnisse im 10 dB in der Vorwärtsrichtung als Gewinn und 20 dB als Vorrückverhältnis. Und ich habe die Sendeleistung, die hier eingespeist wird, direkt in die Antenne. Und jetzt ist hier also die Leistung gesucht, die hier in die Richtung A abgestrahlt wird. 10 dB Gewinn, 20 dB Vorrückverhältnis. Und ich muss also hier nichts weiter tun, als dieses Vorrückverhältnis vom Gewinn abziehen in der Vorwärtsrichtung. Das heißt, 10 dB minus 20 dB sind minus 10 dB, die hier in die Rückwärtsrichtung abgestrahlt werden. Und mit diesen minus 10 dB muss ich jetzt mit meinen 100 Watt rechnen. Und das sind also die möglichen Lösungen. Und auch das hatte ich im zweiten Video gezeigt. Wenn ich also eine Leistung habe und ich habe hier minus 10 dB, rückt meine Kommastelle im Prinzip eine Stelle nach vorn. Und es bleiben 10 Watt als richtige Lösung übrig. Das gleiche kommt nochmal in der nächsten Frage. Dann mit 15 und 25 dB Vorrückverhältnis und diesmal mit einer Leistung von 6 Watt. Und auch hier, das ist nur mal der Tipp, rechnet er bitte selber. Also 15 als Tipp, minus 25 ist dann auch wieder minus 10 dB. Naja, und 6 Watt, wenn ich das Komma hier gedanklich 1 nach vorne setze, könnt ihr euch ausrechnen, welche Antwort richtig ist. So, dann haben wir hier eine sehr hinterhältige Frage, denn die verlangt etwas Hintergrundwissen zur Antennentechnik. Und zwar ist jetzt hier gegeben eine Leistung von 0,6 Watt an einem Sender. Der wird über ein Stück Kabel an eine Antenne angeschlossen. Dieses Kabel hat 1 dB Verlust, auch das ist gegeben. Und wir haben jetzt eine Richtantenne mit einem Gewinn, der 11 dB ist, aber bezogen auf den Dipol. Also hier gedanklich kommt ein D dahinter als Bezugswert, ist hier der Dipol. Es wird aber jetzt hier die EIRP gesucht und die bezieht sich auf den Isotropstrahler. Und dazu muss ich jetzt also wissen, ein Dipol hat also im Gegenzug, oder anders gesagt, der Isotropstrahler als absolute theoretische Antenne, die gleichmäßig in jedem Raum abstrahlt, hat einen theoretischen höheren Gewinn von 2,1 dB. Die muss ich also hier dazu addieren, zu meinen 11 dB, die sich auf den Dipol beziehen. Ich empfehle dazu auch nochmal in der Wikipedia zu schauen, zum Beispiel Isotropstrahler, da ist das nochmal sehr schön erklärt. Das heißt, ich muss jetzt rechnen, das sind die möglichen Antworten hier von A bis D. Meine 11 dB, die muss ich jetzt mit diesen plus 2,1 dB beaufschlagen, um auf dBi zu kommen. Das sind also dann 13,1 dBi. Davon ziehe ich dann das 1 dB Kabel wiederum ab. Und ich bin jetzt hier im Bereich von 12,1 dBi und mit diesem dB-Wert muss ich jetzt rechnen. Und wir hatten ja gegeben, war ja 0,6 Watt Senderleistung. Mit 10 mal 10 dB oder eben dem Faktor 10 sind wir bei 6 Watt. Und wir müssen, das endet auf 2, das heißt, wir müssen die 2 dB hier, entspricht 60%, die 6 Watt mit 0,6 oder 60% multiplizieren. Das sind also 3,6 Watt und 3,6 Watt plus 6 Watt sind 9,6 Watt als Ergebnis. Und das ist dann auch hier die 9,8 Watt, die richtige Lösung. Da bitte aufpassen, das ist ein bisschen hinterhältig, das muss man wissen. Der Wert hier, die 11 dB beziehen sich auf den Dipol, gesucht ist aber der Isotrop-Strahler. Und deshalb die 2,1 dB dazu rechnen. Die gleichen Fragen, die gleichen hinterhältigen Fragen sind die TH2-26-27. Ist also haargenau die gleiche Fragestellung, nur dass es hier mit anderen Werten gesucht sind. Also ich habe hier 5 Watt Leistung, 2 dB Kabeldämpfung und 5 dB Antennengewinn. Und hier ist auch wieder der Isotrop-Strahler gesucht. Und die richtige Lösung ist dann 16,4 Watt. Und dann haben wir das Ganze noch mit 8,5 Watt Ausgangsleistung, 1,5 dB Kabeldämpfung und 0 dB Antennengewinn. Und da rechnet ihr euch mal bitte die ganze Sache selber aus. Und die Lösung gebe ich mal nicht vor. So, das war's. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch viel Spaß beim Lösen und Anwenden. Schaut mal in den Fragenkatalog von der Lizenz Klasse A rein. Da sind noch ein paar solche Fragen. Da findet ihr auch die richtige Lösung für die TH227 hier für die letzte Frage. Und es sind noch ein paar mehr dB Rechnungen drin. Und ich denke, die könnt ihr jetzt so ziemlich langsam alle lösen. Ich bedanke mich. Tschüss und bis zum nächsten Mal.